Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu GTA 5. Ja, das letzte Mal sind wir hier stehen geblieben, also wo wir gerade stehen und ich hatte die Wahl zwischen... ...Dane und den Meriwether Raubüberfall und ich habe mich halt hier für Federal Investigation-Büro-Dings-Da-Entschieden und ja, da würde ich mal sagen, nicht lange gequatscht. Ich habe auch die Kiste letztes Mal aufgemotzt für alle, die es verpasst haben SELTEN! So, wollen wir mal hinfahren. Das könnte jetzt lustig werden. Ich bin ein bisschen, du und ich, wir sind Arrows. Davey, du kannst nichts tun mit diesem verdammt Turd? Ja, Dave. Was kannst du tun mit mir tun? Hier ist Trevor. Great, lookie, lookie, huh? Ein paar der Regierung-Büro-Ding-Büro-Ding-Büro-Ding-Büro-Ding-Büro-Ding-Büro-Ding. Was hat er dir gesagt? Oh, er hat einfach gesagt, dass ihr alle glücklich seid, um den Regierung in irgendein Weise zu helfen. Oh, wirklich? Huh? Because I was told that if we helped out with that thing, which we did, then our past indiscretions would be forgotten in a haze of patriotic fervor. Who told you that? Did I tell you that? I'm in charge here, Fruity. Me! You understand? Not quite. Can you explain that again? What I was saying! Oh, you're good. The three cunts. Listen, we need help with something else. Some of the government, some of it is pretty corrupt. Not, uh, not your bit, right? Yes, but we're corrupt in a good way. But the agency, they want to encourage panic so they can guarantee their budgets. That's how they get paid. It's a major problem. And now they've secured some funds that we need to use in our fight against crime as a way of bribing corrupt officials. Really? And where are they getting that from? Drugs. Those bastards love to sell drugs. Who doesn't? We think they're going to use this money to finance a war on our streets. And we need you boys to requisition that money for us. The bombs are leaving the terminal in an armored car. Yeah, fuck you, Dave. We don't have time to prepare the right way. That's not my concern. I cannot allocate any more resources to this. You'll be fine. Fuck you, Dave. Nice work, Slick. We're going to be doing pat-downs at the airport for those fucking clowns are done with us. You know, fuck you. Hey, hey, look, man. It is what it is. Now how the fuck we're going to get this done? I don't know. I got it. Classic blitz play. It's an industrial area, right? So I'm thinking vehicles. Trash truck to block, tow truck to sack them. You get some disguises, and we're golden. We just got to hope like hell these are the kind of agency men that don't carry a panic button with them. If they are, we deal with it. If and when. If and motherfucking win. I will keep my eyes peeled, General. Thank you, Michael. Hey, no problem. No, really. Jo, das heißt, ähm, verlasse das Gebiet. Wir werden jetzt ein bisschen rumfahren. Was? Ja. Neu, Dave. So, gibt's. All right, guys, a few more details. We'll need boiler suits and masks for this job. Garbage truck. Let's get one from your park. Bring it back to the lot. And there's an auto repair place by the airport where we can get a tow truck. What else? Uh, oh, yeah, 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 get away. That would be nice. Get something fast and discreet. We park it off the road a good distance from the lot. And make sure it ain't near something we'll crash into driving off. That's it. All right, man, I got you, dawg. What? Huh? I missed that. Maybe shout a little louder? Fight me. HS. Mm-hmm-hmm-hmm-hmm-hmm-hmm. Äh. Hey! Hey! Okay, also, wie's aussieht, machen wir grad so ein richtig, richtig. Oh, ja, ich hol mir ja schon ein anderes Auto. Warte. Das Auto gehört Traffwort, deswegen kannst du es nicht benutzen. Oh, by the way, that's entirely your fault. Hat die Schnauze. So, Wähler im Fluchtpunkt. Okay. Hä? Steve. Wade. Lamar. Ron. Ah, ja, schön. Ja, schön. So, wollen wir erstmal ein Stück weiter fahren. So, wir werden uns heute auch wieder so kurz fassen wie immer. Also so 20, 25 Minuten, wenn nichts da wieder dazwischen kommt. Sonst wären es 30. Ist man ja mittlerweile schon gewohnt. Es kommt ja meistens dann was dazwischen. Kaufe drei Overhalls. Okay. E. Hm. Gut. Okay, verlasse. Machen wir. So, jetzt steigen wir hier wieder ein. Bestanden, finde ich toll. Weiter. So, jetzt würde ich aber gerne... Okay. Okay. Ähm, wenn ich jetzt theoretisch gesehen zu... Ihn rüber wechsel. Könnte ich doch auch die HS-Mission machen, oder? Oder stehe ich da jetzt falsch so daneben? Ich weiß es nicht. Könnte mich ja mal aufklären. Bin ich in meiner Bude oder was? Das ist jetzt uncool. Geil, ich bügel, jo. Voll fett. Ähm, wir müssen... Da lang. Ha, ha, ha. Oder? Ne, doch. Hä? Ich bin verwirrt. Die Bude ist so groß und neu. Lass mich hier raus. Ich würde garantiert nicht mit meinem eigenen Auto da hinfahren. Wäre ja schon blöd. So, du nimmst... ...das hier. Okay. Ich glaube, ich muss ein bisschen in die Stadt reinfahren. Weil sonst bringt mir das nicht her. Sonst kriege ich kein Auto. So sieht man ja. Wum, wum, wum. Weißt du, was ich liebe? Ich liebe es auch. Deswegen ist jetzt meins! MEINS! Motherfuckers! Ach ja, fahren wir mal ein Stück mit der Kiste. Die ist ja standardmäßig und schneller wie meines. Ist ja uncool. Schön mit deinem M5 verschnitten, ne? Oder was auch immer. So, wir wollen auf jeden Fall... Okay, wenn das so ist, dann fahren wir halt da lang. Wieso auch nicht, ne? So, dann geben wir wieder Gas. Hui! Alter, 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 alter! Hier war geplant! Sowas von... Ja, so wie ich gerade gefahren bin, sieht es aus, als wäre ich besoffen! So, wir müssen... Hä? Ich hab doch eindeutig da hin, oder? Hä? Ist das blöd? Wahrscheinlich. Also die Ruhe... Empfindung ist ja manchmal traumhaft. Ja, das war Absicht. Äh, auf jeden Fall... Die ist ja wirklich traumhaft in dem Spiel. Du musst schon fahren, ne? Doch, so. Was denn nun? Was der grüne Bereich sein soll, frage ich mich auch noch. Klaue den Müllwagen. Willst du auf die Schnauze, oder was? Gib mir die Kiste. Danke. Ich hätte gerne Müllwagen. Gib mir die Kiste, oder? Ich mach dich platt! what términ Och nöööööööö. Och kumm. Das ist doch jetzt nicht euer Ernst. Motherfuckers! Niemand kriegt mich in meinem Müllwagen. Ich bin OP. Müllwagen echt schon halt. Das ist ein LKW. Also in dem Sinne kein Vehikel. Bevor irgendwie schön langsam die mir hinterherfahren. Mach ich doch. Also die sind ja blind, oder? Hoffentlich gehst du kaputt da dran. Oh, da hätte ich runterfahren können. Easy. Ich hab mir erst mal andere Sorgen. Ja, sicher. Deine Mutti. Weißt du, wie ich das jetzt mach? Ganz einfach. Also wenn die mir jetzt nachgefahren wären, wäre das schon crazy. Ja gut, dass es die gute, alte Autobahn noch gibt. Fick dich. Oh, 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 oh. Das ist knapp. Hä, wie ich die ganze Zeit und die scheiß Map im Auge hab. Uiuiuiuiuiuiuiui. Pass ich da rein? Das wär mal easy. ja ich bin hier zuerst gewesen alles ganz ehrlich sagen so ein lkw lässt sich schon gar nicht so einfach steuern vor allem der nicht hier ich muss aus und wie mit dem bulldozer also willst du uns da unten lang fahrrad mache ich easy ez ich habe im hintergrund noch lol offen für alle die sich wundern wieso es heute weniger frames gibt aber aber das merkt ja eigentlich gar nicht wenn ich es jetzt gerendet habe aber ich habe es im hintergrund offen weil ich noch lol aufnehmen wollte aber mal sehen ob ich es schaffe mal sehen wird noch sein dass ich es wieder nicht schaffe ich weiß dass ich unten lang muss ich finde es so toll weißt du das ding fährt schon auf hochtouren hmmm Wenn das Ding hinter dir so angerollt kommt Bitch-Ass-Bullshit Find ich auch Find ich auch Das ist ja wirklich Bullshit jetzt gewesen Ich bleib dir mal im Weg stehen So, ein Wichser Könnt ihr nicht mal Autofahren lernen oder so? Das sagt der, der Fahrskills von gutem Böse hat Rutsch Verlasse den Müllwagen Habe ich gemacht Müllwagen Geil So, was ist das nächste? Das nächste ist da Das heißt Geil Geil So, jetzt wechseln wir gleich mal auf Michael Und von Michael Fahren wir dann mit einem Car irgendwo hin Ich brauche jetzt mal ein Auto Aber da wo ich bin Da gibt es eine Oh, doch Ich habe nichts gesagt Merk, wir müssen Ja, mache ich doch Benutze ein anderes Auto Mache ich Gucke Ja, wo ist denn das? So, Fluchtfahrzeug 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 Ich würde sagen Da, oder? Es ist nicht mein Auto Von daher ist es mir egal So 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 Du Arschloch Wieso komme ich da jetzt nicht vorbei? Fick dich So, mal gucken Was meine nächste Mission ist Oder sehen wir das vielleicht erst im nächsten Part? Ne, ne Scherz So Die Kiste habe ich schon schön gerungst Aber egal Könnte sein Dass sie einen leichten Trall hat Irgendwie ist die Achse doch hinüber, oder? Scheiße Ich habe ein Auto mit der Achse geschrotet Wie ich das geschafft habe Würde ich gerne wissen Oh, ich habe einen Reifen geschrotet, hä? Also rollen lassen Rollen lassen Rollen lassen Gas geben Ganz leicht lenken Dezente Lenkbewegung Darf nicht zu hart werden So So Willst du dich jetzt verarschen? Oh, alles Er weiß Er weiß Ohne Scheiß Er läuft genau in dem Moment In den Weg Was soll ich denn noch machen? Ich kann so schon kaum lenken Und dann kommt noch so ein Wichser an Und Boah, fick dich Wo ist denn das Fluchtfahrzeug? Ich hätte es ja mal gerne Pech gehabt Nicht mein Auto Alter, der Ding hat ja jetzt einen Panzer Ein Panzer Ja, einen besseren Lenkweg als das Ding hier BAM Und BAM Sonst hast du nichts mehr zu sagen Finde ich gut Was ist denn hier? Auf jeden Fall kein Auto Wo ist Masken So Masken haben wir besorgt So Das heißt Jetzt switchen wir wieder rüber So Das heißt Jetzt switchen wir wieder zu Trevor Boom 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 Jetzt bin ich wohl wieder Müsst ihr wie wir das machen? Ich hab kein Wie das geht nicht? Das hat mir schon wieder angestellt Oh man Na die fahren mir gar nicht Tiert auch hinterher Oh oh So So Das heißt wir werden jetzt Nochmal Einen schönen Hügel hochfahren Was so viel Spaß macht Und Und Oh oh Schafft er das Rückwärts hoch Ist ja crazy das Ding Ja Ja es ist mir klar Aber Daher dazu mir das jetzt so arschklar ist Werden wir das das nächste Mal machen Bis dahin Haut rein Ciao Ciao